Hallo Leute, hier ist Ferro, Lukas und heute mache ich mal wieder ein Review von Star Wars und nicht von World War 2, nämlich von meiner Klon-Army. Man sieht es hier, das sind meine ganzen Klone, JITIs, Senatoren, auch mit imperialen Truppen, und fangen wir erst mit den Fahrzeugen an. Hier sieht man meine Raumfahrzeuge, da war der Imperial V-Wing, ich bin jetzt einfach mal zugestellt, weil das relativ cool ist. Und der neue Arc-170, meistens noch Jedi Starfighter, das Attack-Shuttle, dann hier noch der Bowen und Starfighter. Hier, weil ich hatte ja am Freitag Geburtstag, also am 2. März, habe ich noch bekommen, diese World Escape Club heißt das, also mit der Rechnungskapsel, die natürlich nice ist, die habe ich noch die Freigette bekommen. Ja und, ich bin nicht in meinem Zimmer, ich werde schon vielleicht gemerkt, dass ich bin im Wohnzimmer, weil ich hatte einfach hier einen großen Tisch, weil dieses. In meinem Zimmer habe ich nicht so einen großen Tisch gehabt, hier ist noch Lukas Starfighter. Dann kommen wir jetzt hier mal zum großen Fahrzeug, hier die Raumfahrzeuge, einmal die Conceller Class C70, auch vergete ich glaube ich. Ja, ich habe ihn auch bekommen. Hier ist noch mein Kasten Benetur, der ist noch im Bau, also der ist noch nicht so gut geworden. Die Brücke ist nicht so gut und das ist auch noch nicht so gut hier alles. Wie sieht das? Und hier ein paar meiner kleineren Sachen. Das ist immer noch nicht alles, ich habe eben halt noch den Swamp Spill, den Freak Spill, noch 5 von den Clone Walker Battlepacks. Und das alte Battlepack, also mit diesem doppelsitzigen Bugs Spiller und diesem Mini Angus Teil da, wie beim Enderoyen Battlepack, dieses geschützter Teil da. Jetzt noch der AT-Arty, das ist auch relativ cool. Dann noch das Schütz, hol ich mir noch 4 Stück von. Und ich sah Naboo Starfighter Typ, äh dieses Buch Starfighter, Fahrzeug da. Hier ist mein Speeder, dieses Teil aus dem Buch, hier 5 grüne Wachspeeder und ein roter Wachspeeder und dieses Mini-Speeder-Weib aus dem Droid Escape. Dann kommen wir zu meinen Fahrzeugen. Hier ist der Contobotank, also der Heavy A6 Trabernaut. Das ist eigentlich richtig cool. Wir haben ihn auch aufgetunt. Kommen wir schon noch ein Review zu. ATOT, nicht aufgetunt, ATT, das ist wieder aufgetunt. Mein Custom Black Attack Gunship. Kommen wir schon noch ein Review zu, also ist das aus Episode 2 und 3. Ein bisschen Angus, wie diesen kleinen Mini-Kugelschütz. Eigentlich in der Kugelschütze, aber ich habe die jetzt drückgebaut. Und diesen Tun, die sich nur bis hier hin schließen lassen. Und hier ist noch mein lustiges Public Attack Dropship, ja. Das war's soweit zu meinen Fahrzeugen. Kommen wir erstmal zu meinen Klon-Truppen. Ja. Kommen wir auch noch zu manchen in den Showcase-Videos, zum Beispiel zu Grie. Ne, kann man das jetzt scharf stellen wieder. Ja, hier ist mal die 41. Jedi-Senatorin. Ein Jedi-Ritter. Ich habe... Ähm... Sechste, glaube ich. Ja. Der Sechs, der Sechs. Der Vier. Ja. Ich zeige. Ich meine... Ich meine... Ich meine... Ich meine... Ich finde es waren 400. 42. Glaub ich. Oder... Rund Company. Und noch ein paar... Bitter 3-Truppen. Schnitt-Truppen mit Vakara und Green. Garner. Shadow Company. Oder... 66. Wie ich sie mal nenne. Dann hier... Ähm... Das ist der... Arf-Truppen. Und dieser eine... Rotary vom neuen Battle-Pack. Jetzt war der 12. Hälfte. Richtig viele Trumpen, die ich nicht zu waschen kann. Ich habe die noch mal hier zugenommen. Mein... O-12-Pack. Super. Richtig cool. Hier noch... Imperiale... Hard-on-Phase. Fassans-Klon. Hier meine... Piloten. Und auch hier wieder... Imperiale... ETH-Driver. Hier sind noch ein paar Piloten. Dann hier... 16 normale weiße Klone. Ganz cool eigentlich. Und hier... 5 Phaser-Smack. Ähm... Die... Ich habe 12 von diesen gebraucht bekommen. Hier war es für einen... Für 5 Euro mit einer... Der Schlammschluss... Für 1 Euro dazu. Also der hat 6 Euro gekostet. So. Und hier ist auch noch dieser... Abgefüllte Klon aus dem... Schwamspeeder. Falsch... Bedrochen werden drauf. Hier habe ich hier noch... Imperiale... 6 normale Imperiale Truppen. Und hinten hier... Die Bombsquads. 10 Stück. Dann hier... Ein paar meine Arkt-Truppen. Und hier meine Wolfpack. Und mit der Face... Du Dschupper. Richtig cool. Das war's eigentlich soweit schon. Abo-Empfehlungen noch an... MrKumnaBly1LeoJunge1GermLegoboy. Und abonniert mich natürlich auch. Ihr habt kommentiert zu dem Video. Liked es vielleicht auch. Schreibt Kommentare unter Verbesserungen. Das war's eben halt. Und tschüss.